ein reweisch hallo meine freunde und willkommen zurück zu the walking dead wir müssen noch immer in den aufzug und ich habe das gefühl das dauert noch ein bisschen bis wir soll ich mal probieren ob ich den tipp da drüben krieg ich weiß es nicht ich weiß nicht ob das jemand zieht es ja gesilenced ja ändert aber trotzdem nichts dass jemand sehen kann ja die frage ist halt was soll man tun ja ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich probiere es jetzt einfach weil ansonsten sitzen wir noch acht jahre lang hier dran ich würde sagen das war nix ich wusste nicht was ich so nette sollen ja hier oben haben wir nicht so das problem mit der beißer okay wir müssen uns auf jeden fall zu dem aufzug runter ja war cool warum schluss schluss wie sieht es bei dir aus was steht denn da alles da steht gar nichts das über mir ja toll auf einmal einer kommt zu euch wir müssen halt erstmal die kurve betätigen dass überhaupt der fahrstuhl runde kommt ich bin extra um die ecke gestanden weil ich schiss hatte dass da was kommt was gesehen what the fuck hinten in der dings noch was machen die da ja wo bist du gespawrt auf der toilette ich laufe jetzt wieder vor und aktiviere wenigstens mal den hebel dass der fahrstuhl kommt alles andere macht ja jetzt gar keinen sinn waren das jetzt noch mal noch mehr zeug wo ist denn der generator war der nicht irgendwo hier oben da ist er doch ist der hier in den raum drin hä ne ich stehe doch direkt davor aber ich brauch hilfe hier alter renn weg die mit ihren blöden helmen die ganze zeit aua oh gott hm granate was haltet die generatoren am laufen euer ernst ja keine muni mehr keine muni mehr kann nichts machen ich guck mal ob ich den generator nochmal anschmeißen kann ok guck mal oh scheiße idee oh ne oh ne bist du jetzt nicht der ernste oder da oben stehen sie mit 80.000 mann ich kann dich nicht hoch holen lass dich sterben ok oh fuck die sind hier unten ich guck jetzt eigentlich nur dass ich hier irgendwie noch die zeit irgendwie überbrück bis wir wieder da sind ja oh gott kommt bloß zurück oh gott oh fuck jonge vater was geht denn ab ey gut die blockieren sich gegenseitig aber wir haben halt echtes problem dass wir den dings nicht ankriegen den generator ja ich probier jetzt mal wenn ich jetzt gleich wieder lebe dass ich sofort hoch renne egal was kommt dass ich das gleich aktiviere aber das ist halt echt naja schwierig ich habe auch nichts zum zum machen irgendwie also grad so ähm meine rauchgranaten und so ja ich müsste eine blendgranate nach oben rein werfen dass die alle kurz mal aufhören zu schießen und dann müsste ich versuchen das zu aktivieren aber genau das ist dann halt eben die frage ob ich es hinkriege oh ihr seid beide jetzt auf dem weg nach oben gell nummer so ja hier 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 ich hab aktiviert was macht sie jetzt da oben selbstmacht 30 sekunden kommt bitte lasst es an bitte lasst es einfach an was da alles kommt scheiß auf den überlebenden ohne witz hochzug ist da komm schon dann lass doch mal den scheiß typ jetzt in ruhe sie will denn unbedingt ja dann geh du hier wenigstens in den fahrstuhl rein du hast weniger leben hä wieso hat das jetzt auf einmal abgebrochen ich hab das gefühl das war es aber noch nicht oh mein gott auf dem dritten anlauf ist das schön liebe leute das ist wirklich besser als sechs hashtag familienfreundlich wir sind zwei mal an diesen an diesen letzten paar metern gescheitert zwei mal das ist oh nice und sogar noch mit überlebenden ja das heißt wir haben jemand neues für unsere basis äh wobei was kommt denn jetzt wir haben ja keine basis und schalldämpfer und kröner oh ich habe ein laser modul bekommen das ist selten neun baseball schläger ja nice na toll wow was ich alles hab ey wow oh und ne neue basis und jetzt viele viele ach ne jetzt haben wir die alten missionen wieder jetzt haben wir ne neue basis und die die alten missionen können wir wieder machen das ist natürlich gut das ist natürlich gut ah haha sehr schön hier was neues gesundheit danke auf jeden fall bin ich jetzt level 11 haha nice und ne neunziger waffe ey aber halt nix anderes ist halt schon wieder blöd gell Basisverbesserung jetzt können wir die nämlich auch wieder machen das ist auch nicht schlecht das Basisverbesserung ja dann kannst du wieder ganz anders skillen gesundheit oh Leute es tut mir leid ey warte mal lass mal ganz kurz noch das Ding machen lass mal dann ne die Basis ja ok stopp boah so so bereit bin ich gespannt wie die aussieht ja bin ich auch auch gespannt so rüber der vor allem das erschreckende ist ja wir haben das zu dritt geschafft ja weil die eine Person ist ja einfach rausgegangen das kommt jetzt auch noch dazu also mit erschwerten Bedingungen gut gerockt Das kann sich sehen lassen Mit einem Like, mit einem Share Like? Hä? Ja, dafür steht er mit seinem Namen Like? Das war doch Logo Einfahrern Na, Peggy Ann So, wo ist der Tresor? Äh Irgendjemand hat ein Tresor geklaut Oh, wer bist du? Na, jetzt wird es angezeigt, ja Ist er der Tresor? Ne, da unten Der Ecke Na, Halleluja, ey Ne 96er, ne 96er Armbrust Das kann sich doch sehen lassen Oh ja Oh ja Nice Wo ist hier der Ausgang? Ähm, hier Komm mit Gut Freunde Da würde ich aber sagen Was ist mit dieser Folge Wenn es euch gefallen hat Dann könnt ihr gerne Bewertung Da lassen Gerne auch einen Kommentar Und hoffe ich Ihr seid beim nächsten Mal Wieder mit dabei Bis dahin Macht's gut Ciao Tschüss Tschüss